Oh mein Gott, sie labern mir in mein Intro! Wir spielen heute Battlefront 2 live und sie kriegen es nicht mal hin, dass ich dir das Intro sagen kann. Spaß. Wir spielen Battlefront 2 4 gegen 4 und wenn einer stirbt, wechseln wir den Helden. Gegen Chewbacca. Ja, natürlich müssen sie mit nem Wookiee spielen. Schade, dass kein Hasen reinkommt. Und überhaupt, ich sterbe richtig schlecht, wenn ich runterfalle. Hast du verdient, muss ich gleich sagen. Nein, 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 ich wollte gerade fliegen in dieses Drecksgame, Mann! Ich gönn's dir auch, muss ich auch ehrlich sagen. Ja, jetzt hab ich Freakpads Vader. I see this as an absolute win. Ja, Würgen, Würgen, Würgen! Spielspaß! Nein, nicht runterfallen! Gut! Komm her, Luke! Du Missgeburt! Boah, ich hab mich so gefistet, Alter. Mann, ich werde wieder fast runterfallen. Was war sein Plan? Was war sein Plan? Ein Yoda. Anakin steht da halb AFK rum. Was ist seine Mission? Er ist ja auch der Lost, René. Was erwarte ich eigentlich? Und ich werde runtergestoßen. Schön. Ich will den Kill. Was ist seine Mission? Mein Kill. Abstealer. Was, Abstealer? Ich denk' aber nach der Runde will ich kurz offline gehen. Ich war glaub' zu McDonalds und hätte Bock auf ein paar Burger. Was jetzt? Du Fettsack! Was für Fett? Du bist so los, Hasida. Du bist los. Du bist los. Ich bin los. Du fällst doch durchgehend runter. Ich bin zweimal runtergefallen. Ja, da bist du richtig. Ich hab keinmal. Zwei Mal. Zwei Mal zu viel. Ich hab keinen Tod, Freak, man. Und du? Ich hab zwei. Offensichtlich will ich selber runterfallen. Absolut bad. Und ich krieg' ja wieder hart aufs Maul. Es juckt ihn gar nicht, dass ich neben ihm stehe. Es ist ihm einfach egal. Ja, renn in den Abgrund! Ich hätt's ihm so gegönnt, dass er runterfällt. Ich hätt's ihm so gegönnt! Korrigiere dreimal. True Legend. Wo ist der Wookie? Und ich bin nicht. Vier Mal. Vier Mal. Machst du das mit Absicht, um andere Helden zu bekommen? Nein. So funktioniert das nicht, Freak Beth! Ne. Den hab ich aus der Luft geschickt. Jetzt spring' ich grade hoch, um ihn zu jagen. Und dann fällt er wieder runter. Ist der Wookie gequittet? Wo ist der Wookie? Einer ist gequittet. Ich glaub, der wird in McDonalds. Da hinten ist der Wookie. Ich krieg' grad siehne Lase, ihr seid Trash. Was für ein Trash? Ich hab' ihn runtergeworfen. Mein Gott. Er ist auch schon wieder Erster. Er fällt die ganze Zeit aus der Map, aber er kriegt's irgendwie ein Erster zu sein. Mein Kill. Nein, mein Kill! Haha! Ah! Solange ich nicht runterfalle, ist alles gut. Nein! 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 Anakin hör auf! Wie er nicht runterfliegt! Wie er fliegt! Mc Donalds! Ich kann uns runterfließen! Ich kann uns runterklafen! Hammer! Ich steh' auf einem Rohr! Hm. Das war zu viel für ihn! Ja, ich hab's gesehen. Ich... es war auch zu viel für mich. Es war zu viel für uns alle. Hallo Chewbacca! Du bist mein Lieblingsheld! Wusstest du das? Willst du mich eigentlich verarschen? Geh doch bitte einfach verrecken. Freakvert, hilf mir! Rette mich! Oh man. I am a simple man. Ja, ja, ja! Es ist so Gerechtigkeit! Es ist so Gerechtigkeit, ne? Viertes Mal. Nein! Nein! Oh man. Bist du auch untergefallen? Ja! Ja, Raserei! Still! Knöpfe gedrückt halten! Fast so skillvoll wie GTA! Der Drecks-Wookie! Jetzt bin ich zum ersten Mal rausgestogen. Ich auch. Ja. Ich bin zum sechsten Mal. Ich freeze ihn. Wieso kann er sich entfreezen? Ja, hier! Komm doch her! Komm doch her! Ich hab Leia aus dem Kampf geworfen. Das ist nur auf Credit für meine Kills zu claimen. Ich mach nen Clip. Ich lad das hoch. Mein Kill. Das war sowas von Mein Kill. Du kannst mit Kylo doch gar nicht. Ich weiß. Ich kann ranziehen. Ich hab deinen Wurf rangezogen. Das hat's aufgehoben und deswegen war's mein Kill. Das war doch ne schöne Runde. Ja, sie ist positiv. Deswegen bin ich erst. Oh man. Ja, es war eine schöne Runde. Tatsächlich. Oh, nicht so geile Hasenberger, Alter. Falt die Fresse jetzt. Falt die Fresse jetzt. Falt die Fresse jetzt.